Ich habe eine Säge, Herr Doktor. Hallo? Hä? Ich muss anfangen? Ja. Abgesperrt, damit bekomme ich die Tür nicht auf. Ich muss diese Säge finden. Ich habe die Säge. Ja. Nö. Hm. Alles, es ist die falsche Säge. Wir brauchen keinen Fuchsschwanz, wir brauchen eine Stichsäge. Sie müssen nochmal los und mir eine Stichsäge besorgen. Weil, ne, nein, Fuchsschwanz nehmen wir hier generell nicht an. Hallo? Hier, durch den Schlitz. Hier, die Säge, die sie wollten. Hm. Was ist das hier überhaupt? Ach ja, eine Schub... eine Schubler, wo voll in die Fresse. Ah. 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 Ja, ach so. Ach, das ist so ein... Moment. Die lege ich hier rein und dann... Gut, 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 gut. Es hat genau so 12 Tage, 11 Stunden, 39 Minuten und 12,4 Sekunden, seit etwas gut zu Ende passiert. Okay, du bist ein Freak. Oh. Was macht der denn? Bruder! Komm for uns! Er ist hier! Ich kann nicht raus! Ich kann nicht raus! Und da ist ein Vieh und... Der ist fetter und brauner. Was? Im Einschub befindet sich... ...bereit eine... Was? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin so am Arsch. Hä, wie soll ich denn ihm hier entkommen? Ich werde gleich sterben, Freunde. Ich werde gleich elendig verrecken. Okay, ich gehe da mal rein. Die nehmen wir wieder mit. Speichern. Ja, ja, komm. Ich hoffe, er kommt gleich nicht hinter mir rein und tötet mich. Nicht so cool wäre das. Doch, genau das tut er gerade. Schade, Max. Schade! Ich höre Fußstapfen, definitiv. Ich möchte... Ich möchte hier gern noch alles durchsuchen. Oh Gott, bitte geh weg. Ich will das nicht. Ich, äh... Nein. 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 Kommt der jetzt? Ich höre keine Fußstapfen mehr. Oh, da ist noch eine. Oh. Gott, wenn er hier reinkommt. Ich bin ja so am Arsch. Gibt ihm eine Säge. Es war so die... Nein. Er kommt wirklich. Was soll ich tun, Leute? Was soll ich tun, wenn er reinkommt? Ich habe gar keinen Plan. Wirklich nicht. Ich werde dann sterben. Ich werde dann noch ein bisschen rennen und wahrscheinlich schreien wie so ein Mädchen wieder, aber... Okay, die Entwickler sind ein bisschen nett. Ich glaube, er kommt hier nicht rein. Aber... Sau mies in den Flur immer und so. Und wenn ich rausgehe, dann ist die Party da. Eine von diesen Platten fehlt, glaube ich, noch. Na? Na? Ja. Jetzt habe ich alle. Oh, la, 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 la. Oh mein Gott. Oh mein. Nein, komm nicht rein. Komm nicht rein. Ich habe erst zwei von den Platten. So, hier hinter verstecken. Und dann. Und dann. Oh Gott. Es ist gerade so eine angespannte Situation. Ich bin so unter Adrenalin. Das kann man fast mit den Händen greifen, würde man neben mir sitzen. Das ist, äh... Alter, ne? Alter. Jetzt schauen wir uns erst mal Notizen an. Dieses, äh... Ähm, wo war'n das? Geschichte. Computer. Oh, er kommt, er kommt. Oh. Oh mein Gott. Oh mein... Oh mein... Oh. Oh Gott. Oh Gott, wie er mich angesprungen hat. Oh mein Gott, könntet ihr gerade mein Gesicht sehen? Ich bin so verkrampft. Ich bin so krass. Verkrampft. Oh mein Gott, was soll ich denn machen? Ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Ich will hier raus. Das ist, äh... Ich bin kurz... Also blau, grün und rot. Ganz einfach. So. So. Computer handeln. Oh. Okay. Okay. Äh, ja. Mhm. Das Miese ist auch, wenn man, wenn man hier Inventar anruft, äh, aufruft, anruft. Hallo, bitte Inventar einmal melden, danke. Wenn man... Nee, nee, Anrufbeantworter, schade. Hier ist das Inventar. Haben Sie eine Mitteilung oder Nachricht für mich? Bitte nach dem Piepton sprechen. Nee, jedenfalls, wenn man das Inventar aufmacht, dann ist das Spiel nicht pausiert, ne? Ich mein... Das... Oh. Oh. Oh Gott. Nein. Notizen. Computerhandbuch. Jetzt hier mal zack, zack, hier. Ach, Leute. Ich lese mir doch das... Okay. Okay. Ich... Ich... Okay, da sind ja einfach drei Plätze, da haue ich die Platten rein, so. Und mal gucken, was da passiert. Okay, er patrouilliert hier immer. Jetzt ist er gerade wieder genau neben mir. Und jetzt haut er wieder ab. Jetzt rennt er, glaube ich, gerade wieder nach vorne. Eine reicht erst mal. Scheint nicht korrekt zu funktionieren. Sie müssen modifiziert werden. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn noch machen? Modifiziert werden? Okay. Das war gerade grün in grün. Ganz klar. Chill doch mal auf deine Basis. Ich will nicht weit... Ich... Oh Gott. To do list. Ich hab... Kein Plan. Ähm... Es ist auch so mies, ne? Dieses Spiel ist einfach so mies. Es ist... Es ist... Es ist gemein und... Und asozial und... Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. Ich hab jetzt die Scheißplatten mir schon unter Angst und Schweißzuständen geholt. Bin in diesen Raum geflüchtet. Wurde attackiert von einem verkohlten, nackten Mann. Dann will ich die Platten da reinschieben hinten in den Server und es geht nicht. Weil die modifiziert werden müssen. So. Kühlkopf bewahren. Womit modifizieren? Ja, komm hier. Meine Tür jetzt. Wackel hier nicht. Arschkopf. Es geht nicht. Die Hand. Nein. Die... Komm, wir zersägen es. Mit Batterieausstatten. Alkohol drüber. Die Taschenlampe drauf haben? Nein. Die Maske. Elektroschenke. Dieses Teil des Komplexes verbraucht viel Strom. Die Spritze. Nein. Oh, da bahnt sich was an. Ah! 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 So. Ähm, ich teste jetzt erstmal. Mich stört es extrem, dass sie hier immer zwei Meter neben mir... Ein Meter... Dreißig Zentimeter neben mir steht quasi. Ich probiere jetzt gerade wieder. Mosa nicht rum. Ich probiere gleich mal die Tür zuzumachen. Mal gucken, ob er dann immer noch reinkommt. Oh, er hat was gehört. Dass die so gut hören. Dieses Spiel ist so asozial. Ich hab noch nie in meinem Leben ein so asoziales Spiel gesehen. So! Jetzt hoffen wir, dass er nicht mehr reinkommt. Dann kann ich hier in Ruhe mal irgendwie die Lage checken. Ich hab grün in grün gesteckt, ne? Müssen modifiziert werden, ihr seid doch... Oh nein, es geht nicht. Schade. Schade! Ich weiß nicht weiter. Das ist... Ich wurde noch nie so krass mit einem Zombie konfrontiert. Aber jetzt ist schon wieder dieses Wort, ne? Konfrontiert. So. Ich habe diese Scheißplatten, möchte sie da reinstecken. Aber es geht nicht, weil... Ich habe diesen Abschluss gemacht. Schön, schön, schön.